Aber es hat was. Ich muss entscheiden, was für einen Boden das haben soll, weil... Riese Bob Marley-Frisur. Ach ja. Ich muss entscheiden, was für einen Boden das hat, weil sonst geht es hier, glaube ich, nicht weiter. Na gut, ich mache erst mal eine Tür. Tja, und jetzt müssen wir entscheiden. Setzen wir das Ding so hin? Ja, da oben ist ja auch so. Oder setzen wir die quer? Ja, so dass man hier diese Jahresringe nicht sieht. Weißt du was? Du kannst dir das sparen hier. Das ist ja nur dieser eine Block und dieser eine Block. Da brauchen wir ja nicht drei Jahre warten, bis da so ein Setzling sich entschieden hat zu wachsen. Dann hätte ich auch gleich eine zweite Tür machen können. Das kann man nicht entscheiden, ne? Wie rum die dann aufgeht. Also ob von rechts nach links oder anders. Ich glaube, das habe ich schon noch mal ausprobiert und festgestellt, dass er das macht, wie er es will. Oder mal gleich. Das weiß ich nicht mehr. Ich mache hier, wie tut sich irgendwie so an die Fackel hin. Er wird es mir doch nicht erzählen, dass du eine Fackel dahinten nicht zu mir kommst. Ja, ich repariere es hier wieder. Die muss man echt treffen. Das ist arg dunkel. So, in der Tür. Hier weiß ich. Da. Höhle. Da. Passt schon. Ach, erstmal einfach für Licht. Und den Rest überlegen wir uns dann. Ich gehe schlafen. Ohne Tür. Und mal gucken, wie ich aufwache. Gute Nacht. Bis dann. Hallo. Sind wir schon wieder hier auf dem Bett? Immer dasselbe. Aber es ist doch Nacht. Warum stehe ich auf dem Bett? Na dann schlafen wir doch erstmal. Bietet sich doch an. Ich muss mich hier erstmal orientieren. Also, ich stelle fest, wir haben diesmal keine Blätter um die Ohren beim Aufstehen. Auch wenn wir immer noch auf dem Bett stehen, nach dem Aufwachen. So. Ähm, okay. Äh, als dann. Hier braucht's einen Boden. Wie viel Holz haben wir denn? Was ist das hier überhaupt? Auch Holz. Habe ich ein Baum gefällig? Wo kommt das Eichenholz her? Ich habe keine Ahnung. Wo kommen die Elf Setzlinge her? Wo kommen die Elf Setzlinge her? Merkwürdig. Da ist Eisen dran. Das ist gut so. Kann man immer brauchen. Ähm, ja. Wo kommt das Eichenholz her? Wo habe ich das denn abgebaut? Ach, ich habe Fenster reingemacht. Ja, dann ist ja gut. Ich habe schon gedacht, was habe ich denn das letzte Mal gespielt, ohne dass ich weiß, was ich das letzte Mal gespielt habe. Na, erstmal ein bisschen aufräumen. Das, ähm, hilft, die Gedanken zu ordnen. Äh, ich könnte den Boden auch einfach hier mit, äh, Rohholz auskleiden. Äh, ich weiß nicht, ob mir das gefallen würde. Das Kies läppert sich aber sehr langsam hier bei uns. Hm, mobile Werkbank. Lassen wir mal da. Ähm, aber will ich das? Und, äh, wenn ich das will, reicht das Holz dafür? Hm, es gibt ja im Prinzip nichts Gutes. Außer man tut es. Ja, wer das Zitat kennt. Ich probiere es einfach aus. Und wenn es uns nicht gefällt, dann kann man das immer noch ändern. Komme ich da hin. Das Bett müsste sowieso anders, glaube ich, damit wir da nicht immer, immer auf dem Bett aufwachen. Das ist, ähm. Das ist nicht so hübsch. Andererseits ist das egal. Man könnte natürlich diesen Schlafalkoven hier dadurch abtrennen, dass man, äh, ja, Maserung ist das ja nicht, aber dass man die Bretter hier, äh, in anderer Weise quer verlaufen lässt. Ne? Also diese, äh, diese Striche nicht so, sondern so. Ich mach's einfach mal, dann brauch ich hier nicht viel reden. Hier ist ja auch sowas wie eine Nische. Also hier mach ich's in dieselbe Richtung wie beim Schlaf, äh, Raum, Räumchen. Und dann gucken wir einfach, wie's aussieht, weil ich möchte so gerne in den Keller hier, also ich möchte hier gerne einen Keller finden. Und dann, äh, hoffentlich einen mit, äh, diesen, da hinten, ne, da so in die Richtung. Was ist denn das für ein Fensterchen? Kann man gar nicht richtig rausgucken. Da, wo es immer nach Höhle klingt. Und wo man auch Fledermäuse hört. Möchte ich gern schauen, ob das da vielleicht etwas tiefer nach unten, das ist doch falsch, was ich mache. Also nochmal. Ach, ich will jetzt gar nicht zu viel versprechen, aber, ähm, vielleicht macht man das einfach auch, äh, dann. Boah, ich will's gar nicht aussprechen. Mit Monstern an. Also, dass wir da runtergehen in den Keller. Das Holz wird vermutlich nicht reichen. Um das hier alles auszukleiden, auch wenn wir dann noch einen kleineren, äh, Stapel in der Kiste haben. Aber mal gucken, wie weit wir kommen. Mensch. Mach doch mal, was ich will. Ach, das denke ich bei, äh, Computer allgemein manchmal. Mach doch einfach mal, was ich will. Ist ja nicht immer so einfach. Ja, und man sagt immer, das Problem sitzt vor dem Bildschirm, ne. Trotzdem. Das ist bisweilen einfach nicht für den Benutzer gemacht. Deswegen habe ich auch, äh, mehrere Folgen gebraucht, um, äh, zum Beispiel hier in der richtigen Auflösung, äh, aufzunehmen und, äh, das Zeug zu verarbeiten, sodass das Zugucken nicht so schmerzhaft ist. Hoffe ich jedenfalls. Also, ich hoffe, dass das jetzt hier, diese Folgen inzwischen besser aussehen als die ersten. Dass sich das angenehmer guckt. Also gar nicht erst auffällt, welche Qualität das hat, sondern einfach... Nicht, äh, nicht von der Handlung sozusagen ablenkt. Auch wenn die Handlung hier auch nicht monstermäßig spannend ist. Also, im wörtlichen Sinne, ne. Ist ja nicht monstermäßig hier. Kann aber noch, äh, werden. Ich brauche noch eine andere Axt. Die wird so nicht reichen, äh. Das Eisen werde ich brauchen. Ich werde mir eine Rüstung machen. Ne, also wenn ich schon... Wenn ich schon die fiesen Gesellen hier aktivieren soll, dann brauche ich wenigstens einen Hauch von Schutz. Und eine Tür fehlt uns hier noch. Da hinten ist doch so ein See, ne. Also ich habe ja jetzt gelernt, da hinten sind keine Kürbisse. Aber hier dieser Teich, oder was das ist, Weiher. Dahin klopfen wir uns den Weg auch ein bisschen frei. Zunächst lasse ich die Birken auch hier erstmal stehen. Und gucke dann, ob ich das auch noch reduziere, dass Birken aufkommen. Ob das dann noch zu viele Bäume sind, oder nicht. Was ist das denn? Da ist nochmal so ein Baum, da ganz hinten. Da bei unserer ersten Flussüberquerung, wo es zum Spawnpoint geht. Da ist auch so ein abgeschnittenes Baumding. Na ja, jetzt nicht mehr. Das ist ein ganz großer Baum. Hier wird das Laub verschwinden. Sammle ich jetzt auch noch Setzlinge? Ja, warum nicht? Wer weiß, was wir irgendwann einmal noch vorhaben werden. Also, ich sammle die Setzlinge so, wie sie mir hier unterkommen. Und da. Und solange die Setzlinge da vor sich hin droppen, machen wir hier ein bisschen Gras weg. Weil dieses Gras hier nicht so hübsch ist. Ja, da gibt es ja so Better Grass und was weiß ich und sowas alles. Aber alles, was Better ist, ist auch Slower. Und alles, was Slower ist, ist der Performance hier nicht zuträglich. Und deswegen muss ich auf das meiste leider verzichten. Was heißt hier auf das meiste? Eigentlich muss ich hier auf ziemlich vieles verzichten. Und bin dafür froh, dass Minecraft überhaupt läuft. Sogar so flüssig läuft. Hoho, dass ich es aufnehmen kann. Das will echt was heißen. Hoi, hoi, hoi. Wie viel Holz haben wir denn jetzt? 23? Ist noch nicht so die Welt. Könnte aber zumindest für den Boden schon einmal reichen.